Hey Leute, wir brauchen eure Unterstützung. Seit anderthalb Jahren arbeiten wir in der Realisierung eines Parkourparks in der Eich. Im letzten Jahr konnten wir alle bürokratischen Hürden nehmen und die Stadt hat uns 30.000 Euro zugesichert, aber nur, wenn wir selbst 30.000 Euro aufbringen können. Stiftungen und Sponsoren haben wir schon kontaktiert, aber jetzt brauchen wir euren Support für das Crowdfunding. Über 200 Kinder und Jugendliche in Dreieich machen Parkour und es werden jeden Tag mehr. Die Hallen werden immer voller und Parkour gehört sowieso nach draußen. Der Parkourpark ist aber nicht nur für die da, die den Sport betreiben, sondern für alle, die sich an der frischen Luft bewegen wollen. Deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Wir freuen uns über jede Spende, aber ab einer Spende von 5 Euro gibt die Volksbank nochmal 5 Euro dazu. Also am besten Fünfer rein, Video teilen, glücklich sein!